Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Ultimate Chicken House, zusammen mit Germlet's Play. Hallo Affe, Paluten, Waschbär und Zombie. Aber wir haben uns beworben. So verrede ich gar nicht. Wir haben hier Maps von euch. Ihr habt zweimal die Pyramide extra eingeschickt. Nein, 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 nein. Komm schon, Paladin. Ja, Paladin. Motado vs. Germlet's Play. Aber da war doch, da habe ich doch auch die Anlass. Hey, das ist einfach die Pyramiden-Map überbaut. Die andere war neu gebaut, glaube ich. Ich habe die Anzahl der Kanonen, die auftauchen können, hochgesetzt, wie man vielleicht gerade gemerkt hat. Was ist das für eine Map? Ja. Und ja, die Map ist ein bisschen, ich bin verwirrt. Warte, da ist eine Kanone und da schießen vier Pfeilmaschinen rein. Also kommt da einfach Tod und Verderben runter. Ach, schießen die Pfeilmaschinen in die Kanone und das weiter? Ja. Ach so. Ich will hier gar nichts hinbauen. Ich will nichts verpuppern. Ich baue da mal was hin. Wie funktionieren die Kanonen? Die schießen mich einfach automatisch? Ah ja, tun sie. Oh, okay. Gott. Oh, warte, ich muss das Spiel mal kurz leiser machen. Oh, ich bin tot. Du bist im Weg. Baudado, Baudado, beweg dich. Hey, geh doch. Baudado. Ja, okay, dann gehe ich. Bist tot. Mängel, beweg dich. Oh, oh. Ich bin einfach zu, zu schwer. Wird ihr nicht sprinten? Ich bin schon... Ja, ich bin einfach nicht gesprintet, tatsächlich. Fuck, ja, ich auch nicht. Und Palette dann ja auch nicht. Nein, Warnu. Oh Gott, ich will nicht in die Kanone rein. Warum nicht? Hallo? Oh, oh. Aua. Oh, ich bin einfach drüber. Okay, okay, okay. Keiner ist gestorben. Der Ampel, er ist bei grün. Hier rauf. Bei grün, leider. Sehr schön, machst du das? Sehr schön. Danke, danke. Warn, du musst nicht fukst. Okay, da. Und ich bin im Ziel. Komm, Mann, Samuel, du hältst die Kanone. Aha, und Paluten hebt das andere Ding. Hallo, ich bin auch da. Ah, ich sehe kreativ mit Böfstiller. Oh, 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 oh. Ich habe beide umgebracht. Ja, aber Kreativität, vielleicht bin ich wütend. Vielleicht sage ich gerade, ich hatte dieses Spiel. Lol, das Spiel gibt mir den Tipp, dass ich rennen kann. Aua. Aua. Oh nein. Nein. Als ob. Let's go, Samuel. Alter, ich kann auch Maudades leicht herumtreten. Oh, wie cool. Danke. Kommst du überhaupt noch durch? Ah, oben. Oh Gott. Feuer. Niceer Move. Richtiger Paluten. So, rein da. Ich will da nicht mehr rein. Ups. Ich habe Angst, ich duck mich hier. Das kann auch gar nicht mehr sein. Ah, das ist der Hinkon nicht brauchen. Oh, man kann auch rüberspringen. Warum hat Manus Leiche mich erschlagen? Wer hat hier zugemacht? Ja, ich schon vor zwei Runden, aber warum hat Manus Leiche mich erhauen? Das ist ja böse. Dann wohnst du in die Konne. Du kannst links oben drüber klettern, Maudades. Hallo. Ich will nicht in die Kanone. Da, wo du einen Honig hingemacht hast. Geh in die Kanone. Den hab ich nicht hinterher hingemacht. Ja, dann können wir jetzt nicht mehr weiter. Ups. Geh rein, ist alles gut. Geh rein, ist alles nichts gut. Geh jetzt in meine Füße. Spring, rein, spring, rein. Nenn die Kanone. Juhu. Oh, 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 oh. War da gerade ein Jetpack? Okay, wer hier als Erster ist, der kriegt das Jetpack. Nein, jetzt hört euch auf, das Jetpack. Nein. Nein, 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 da kann man gar nicht. Man kann jetzt schon nichts mehr machen. Doch, alles gut. Los, Palenado. Und jetzt Abschuss. Bist du am Ende da? Da, ich werde immer weggeschossen. Ja, klar bin ich da. Ja, als ob wir alle über die Kanone springen können. So, dann machst du auch mal. Hä? Ah, ich kann ja rennen. Ich hab schon wieder. Alter, man kann rennen im Spiel. Ich wollte mir da Treffen hochgehen, aber die Treffen hat mich nur reingeflippt. Ja, genau. Aua. Boah, Alter. Ich bin noch keinmal gesprintet in dem Game. Was? Ich hab mich noch keinmal mehr als vier Meter bewegt. Jetzt wird hier alles weggesprengt. Was? Oh, ich bin aufsprengt. Nein, nein. Oder nicht. Jawohl. Perfekt. Okay, okay. Jetzt können wir da endlich wieder durch. Weck da, weck da. Ich gehe das langsam an. Ich will einfach nur leben. Ich gehe das ganz schnell an. Das fliegt da durch, du. Geh doch. Ja, Platz. Wieso lebe ich? Aua. Ja, geh doch weg. Ja, geh nach links. Ja, Mannu, jetzt mach doch was. Geh nach links. Ja, spring doch. Ja, du musst springen. Jetzt spring doch einfach durch die Tür, Manu. Jetzt stell dich nicht so. Okay. Aaaaaah. Also, ich war. Äh. Achtung, Manu. Okay. Hi. Warum ist denn noch ein schwarzes Loch? Ist das Manu da platziert? Erste. Alter. Nein, ich war erster. Oh. Siehste? Underdog. Biene. Oh, wow. Alles klar, Leute. Mach nicht zu, mach nicht zu. Mach nicht zu. Kann man durchlaufen. Die hat keine Hitbox hier. Ich bin weg. Oh, man kann rüberspringen. Okay. Verluten können Gott. Ich auch. Okay, danke. Oh, die Biene haben mich verfolgt. Aua. Echte? Oh, Manu ist klein hier. Meine Leiche blockiert, glaube ich, auch den Eingang. Oh, Alter. Und was gestorben. Ja, ich bin, ich habe nicht gesprintet. Einfach zommelt komplett aus dem Leben. Manu und ich sind einfach Händler, die nicht sprinten können. Wieso, ich habe das gerade gelernt. Ah. Machen wir mal so. Weg hier. Nein. Aua. Oh, nein. Oh, die entschärft. Ah. Entschärft. Hallo, Leute? Hi. Oh, mein Gott. Was mache ich jetzt? Oh, mein Gott. Alter, wieso tukst du dich nicht? Alter. Weil ich drei Runden nicht geschlagen wurde, dann plötzlich schon. Okay, ich habe eine Idee. Ich gehe, ich gehe um in die Kanone. Oh, Gott. Sorry, ich bekramt. Alter, ich schläf mich auf dich. Hilfe. Ach so, die fährt hoch und runter, die Abrisskugel. So. Alter, okay. Oh, mein Gott. Ist das richtig weit hochgekommen. Ist das richtig weit hochgekommen. Weggeschlagen. Kriegen wir wieder was zu sprengen? Ja. Oh, was? In die Apelsbirne. Da rein. Genau, bitte. Danke. Oh, alles. Oh, nein. Lauf, lauf, lauf. Oh, nee, oh, nee. Ich renne einfach. Ich renne einfach. Aua, nein. Ich hätte das doch easy geschafft. Oh, du musst weiterlaufen. Du musst weiterlaufen. Da kommen sie. Nein. Nein. Ne, ich komme nicht auf die Kanone hoch. Ich gehe trotzdem. Hä? Hä? Oh. Oh. Was machen wir jetzt? Ja, hä? Ich habe alle Bienen. Ich gehe einfach ins Ziel. Ja, wo denn? Da rechts ist alles zu. Ne, da kannst du durch. Einmal kann er durch, stimmt. Die haben ja alle Bienen getriggert. Nein. Schlag ihn weg. Schlag ihn weg. Ich mache mich vor. Aua. Ja, ich gehe durch. Tschüss. Hol dir den Sieg, Affe. Ich bin ein super Affe. So, jetzt muss ich nur in die Kanone sein. In die Kanone, Tschüss. Schieß mich. Ja. Danke. Jawoll. Ja, falle, 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 falle. Oh Gott. Wer triggert sie? Aua. Danke. Ah, sie war noch 10. Hör auf. Ich stelle jetzt auf, ey. Zombie, nein. So, ich warte, bis ihr sterbt. Die Hummels. Ich sterb nicht. Komm doch her, Manu. Ich gehe jetzt den schweren Weg. Ne. Du gehst den schweren Weg? Oh nein. Okay. Weil ich cool bin. Okay, 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 okay. Dann gehen Sie in den Ziel und dann machen wir das. Hoffe ich. Schön. Okay, er hat's. Dann Kamera auf mich, bitte. Ja, im Prinzip geht's ja jetzt. In der Kanone und tot. Ne, du darfst nicht in die Kanone. Du musst an der Kanone vorbei. In die Kanone, in die Kanone, ja. Ja, ja, ja. Oh, oh. Sehr gut. Hihi, danke. Feinpunkte, 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 Feinpunkte. Ich hasse euch. Uh, du bist so gut. Du bist so gut. Ich abgeh. Warte, wir können ja echt einen Weg bauen mit den Kanonen. Warte, wenn man hier reingeschossen wird, in Manus. Ah, obwohl. Ich glaube, jetzt sind wir tot. Hier vielleicht? Wenn man rein... Ne, dann landet man das. Ja, ja, doch, doch. Ne, dann landet man ja auch in diesem Stacheldinger. Vielleicht hier nach links, so? Ah. Ja, nach links. Ja, 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 ja. Okay. Oh Gott, Feuer und Feinbien und Aua. Kommt man da überhaupt noch durch? Ich schaff's. Ich mach's. Ich mach's. Er hat's. Oh, schau. Unfair. Liegt da so ein Fettsack im Weg? Ey. Oh, jetzt sind da zwei Fette. Hey, ich bin rutschig. Ne, mein Kopf. Oh, Tickwing. Als ob. Hä, wo bin ich? Hey, du warst noch drin. Ich war noch drin. Oh. Ja, ja, jetzt. Jetzt. Genau das wollte ich. Sehr gut. Schön in meiner Hand. Ich würd gern, dass wir einmal diesen... Oh nein, jetzt hast du die Schüsse kaputt gemacht. Tschüss. Ich geh da nicht lang. Ich mach das. Oh Gott, ich hab dich jetzt ringelt. Wir werden alle sterben. Aber auch nicht denn auch hier. Wir haben... Du hast alle getötet. Ja. Wie schön. Willkommen, der Junge. Ich werde für immer tanzen. 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 Doch, irgendwann kommen wir hin oder nicht? Irgendwann schümmeln wir und dann wird's richtig eklig. Ja, aber es dauert ein paar Wochen. Also, ich geb dir die Erlaubnis, ein bisschen was von mir zu essen und zu grillen. Bei mir kannst du ein Ohr haben. Du hast mir darfst ein Daumenkissen machen. Oh ja, lecker. Okay, danke. Ich wollte es hier. Alter. Lol, lol. Er ist ein Pro. Er lebt, er lebt, er lebt den Traum. Wo bin ich? Was hat mich überhaupt getötet? Ah, der Kran wahrscheinlich. Er ist im Ziegel. War das schon die letzte Runde? Oh, schade. Ja, das war's. Ich hab's. Ja. Und verdient. Und verdient. Mordados Pyramide XXL. Danke für die Sim. Okay, ähm. Bis ich die Items gesehen hab, wollte ich Danke sagen. Ach du Heiliger, was ist denn hier los? Das ist anscheinend die Pyramiden-Folge. Ihr habt mir Pyramiden-Maps gebaut. Wir haben's in Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Heißt, ihr wollt ihr anscheinend unbedingt haben? Ich geh in die Kranone. Hörst du? Oh Gott, die Blöcke hier bewegen sich ja sogar. Oh Gott, was ist das für eine Höllen-Pyramide? Hä? Hä? Ach so, und werden weiter geschlossen. Alter. Okay. Nein, oh, ich war gut drauf. Oh, gut, so mehr gut. Oh, und lang ist, glaub ich, oh. Warum sind hier, warum ist die ganze Map schon voll mit Zeug? Oh, genau. Äh, das ist die Höllen-Pyramide. Nein, ich bin reingesprungen. Ich war, Esser. Also, wenn's einer jemals ins Ziel schafft. Wir können ja Sachen wegspringen in der Theorie. Okay, alles, wir räumen auf. Ist nicht schwer. Ich mach das. Aber, warum, wer hat denn dummes, oh Mann. Das war ich. Hä? 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 So, man hat gesagt, wir sollen es einfacher machen. Ui, einfach. Einfach, einfach. Auf, auf Mordalu. Genau. Geh ich in die Kanone? Tschüss, Leute. Okay, ich hab ein bisschen Angst. Geh in die Kanone rein. Geh in die Kanone rein. Mein Gott, mein Wunder von mir. Kanone, Kanone. Go. Er schafft's. Er hat's geschafft. Oh, er ist der Auserwählte. Er ist der Auserwählte. Oh, was haben wir jetzt? Er blockiert das Ziel. Man kann gar nicht mehr rein. Wo ist das andere Portal? Da hinten ist ein Portal, aber ich weiß nicht, wo es andere ist. Stimmt. Hä? Deine Mitte. Mordado. Ah. Bei den Bienen? Möcht ihr das? Ja, ne? Aber die Bienen kommen dann wahrscheinlich alle nach rechts geflogen. Kanone. Äh? Aua. Aua. Wo bin ich? Oh, die Kanone. Ich schieke Kanone. Ich schieke Kanone. Ich schieke Kanone. Ich schieke Kanone. Wie geil ist das? Da gehe ich ran. Kanone. Kanone. Aua. Ey. Warte, er schie... Warte, er schießt jetzt. Ich gehe rein. Und jetzt rein. Oh Gott. Nein. Ich warte nach. Nein, ich bin ran. Nein, wo bin ich? Ey, du Fettie. Ich hasse den. Okay, bei mir blockt er einfach sämtliche Pfeile. Okay, alles klar. Bei mir war ich nicht mal anziehungsweise beim Pfeilen. Also schon, als ich gestorben bin schon. Was machst du da? Boah, somebody. Jawoll. Da gehe ich rein. Wir gehen alle rein. Und jetzt gehe ich in die Drehkanone. Ich nicht. Hui. Oh, oder? Spin to win. Alter, lol. Ich mache mit. Ui. Ich auch. Irgendwie hat er das Ende einfacher gemacht. Das ist ja cool. Ja, ich. Wo bin ich? Huuu. Ich hätte einfach rechts springen müssen. Alter. Ich hab's. Ich hab's. Ich grüß Mami, Papi, Mami. Feuer. Au. Wenn du rechts auf dem Fass stehst und dann hoch springst, wenn die Kanone rechts ist, fliegst du so wie ich. Ich will reinspringen, wenn sie oben ist. Ich bin da vorunter gerutscht. Ja, sehr gut. Au. Oh, schade. Wenn sie oben ist, okay. Wenn sie rechts ist, flieg ich so diagonal wie vorhin. Halledo. Ich gehe rein. Oh, du auch. Wir beide. Wow. Ich werde. Ich bin tot. Ah. Palette. Oh, Palette hat Palette gewonnen, warte. Das ist so krass. Gören die den Sieg, Palette? Ja. Ja, komm. Ja, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein erster Punkt heute. Oh nein, ich muss auch noch einen Punkt holen. Nein. Oh, das Feuer. Ich hätte es geschafft. Oh Gott, was ist das? Nein, 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 nein. Wo schieße ich hin? Da hin. Wo bin ich? Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Bitte schieb mich. Er ist nicht im Ziel. Oh mein Gott. Wie soll ich denn da an dir vorbeikommen? Ja, schieb mich rein. Bitte schieb mich rein. Ich brauche die Autopsie, Manuel. Mach ich, mach ich. Ich bin euer Backup. Schieb mich bei uns beide rein. Warte. Warte. Ich bin drin. Lass nach oben pusten, dann werden die ganzen Pfeile hochgepustet. Werden die dann hoch? Oh Gott. Nein. Okay. Taletto, ach man, du bist so ein Mülleimer. Ja, nochmal Taletto, jetzt rein da. Jetzt. Komm, Junge. Du fängst die Pfeile ab. Ja, 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 er kommt wieder, er kommt wieder. Ich hole die Autopsie. Oh nein, nein. Ich hole die Autopsie, ich sag's euch. Ist das geil, wie er da immer rausfliegt. Sind wir in irgendeiner Falle von Paluten gestorben? Ja, mit Sicherheit. Glaube ich nicht. Oh mein Gott, perfekt. Oh, schade. Oh ja, es ist doch nicht vorbei. Oh, doch, nee. Oh, ja. Schade. Ich mach das weg. Oh, dann können wir das Geld holen. Wer es jetzt in Zul schafft und das Geld nehmt, gewinnt. Na, scheiß auf Geld. Geld ist hier alles. Oh Gott. Hilfe. Oh nein. Oh nein, was hab ich getan? Ah, schon wieder. Ich hasse mein Leben. Los, doch, wer geht's zähl. Ich geh ins Portal. Ich geh ins Portal. Ja. Oh, okay, die ganzen Bienen werden zu dir kommen. Die ganzen Bienen werden nach Recht gehen. Ist doch egal. Jetzt drin, er ist drin. Oh nein. Hä, wie? Okay, und jetzt? Die kommen. Lauf! Gebe dir ins Portal. Gebe dir ins Portal. Das Portal rettet dich. Ja, ich weiß. Ich weiß. Oh. Ganz so schöne Geld. Oh, Paluten. Alter. Ich hab nicht mal mitbekommen, dass du es geschafft hast. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich war kein einziges Mal im Ziel bei dieser Web. Der ultimative Warsch. Gut gemacht, Paluten. Vielen Dank für diese Map. Das war eine ultra lustige Runden. Schau bei den anderen vorbei. Für Minecraft Dungeons bei Paluten. Ja. Für GTA und Bloons bei Manu. Ja. Und bei Zombie gibt's Terraria 1.4. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.